So Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy. Ab nach oben. Oh, da ist schon wieder der böse Mause... Mausezeiger. Oh, die dicken Kanonen. Ob das was bringt gegen Zinn? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ah, das erklärt so einiges. Das hat nichts zu tun. Ich liebe diese sacrilegische Kontrapte. Ne, warte mal, da lang. Genau. Hier kann man bestimmt auch noch Leute vollquatschen. Gib mir was. Na egal. Geil, wir laufen erstmal weiter. Gucken, was hier noch so abgeht. Oh, da kommen die Köder. Ja, raus mit dir. Es wird nicht funktionieren. Nein, das sage ich nicht. Vielleicht ist es eine hoffentliche Kampagne. Und es könnte bedeuten, zu defieren Yevon. Aber die Crusader und die Albed, sie machen ihren Besten, um die Sinnen zu verraten. Sie wollen Spira von Sinnen für immer. Und das ist auch das, was wir wollen, nicht wahr? Nicht wahr? Hm. All right, all right. But I still think Macken are bad news. They're forbidden for a reason. Lady Summoner, there you are. The command center is that way. Maester Keenock is also there. Maester Keenock too? Yes. Please, hurry, my lady. Of course. Ja, Leute. Die, äh, Mission ist am Machen. Mal ein bisschen Konversation hier betreiben. Gib mir was. Quatsch mir nicht voll. Hier, da ist Uaka. Sauber. Monopoly is a great thing. Things are selling, no matter what the price. Was hast du für mich? Ja, und das alles richtig schön billig. Wunderbar, besser geht's nicht. Was haben wir da? Recher. Steinschlag. Versteinert sofort Gegner. Richtig gut. Ich glaube, hier kaufe ich jetzt erstmal ein. Hardrock auch, genau. Stummklinge. Erstschlag. Sehr wichtig. Das ist unnötig. Das auch. Das ist unverraten. Alles klar. Haben wir es sobald. Beim nächsten Mal muss ich halt noch ein bisschen verkaufen, aber was soll's. Schnell schon. Soweit ich weiß... Soweit ich weiß... Ja, was wollte ich sagen. Ja, jetzt geht's eigentlich los. Oh. Hier ist nun mal der Chef. Oh. Hier ist nun mal der Chef. Ich habe gehört von Seymour, aber ich wusste nicht, ob wir tatsächlich treffen. Schön, dass du dich sehen, Oren. 10 Jahre, oder? Da. Ja, bitte. Wird nicht. Ja, bitte. Jetzt sind wir mal der Zwischenzeit. Möchtig sind. Jörg, da sind wir bereit, oder? Where have you been the last 10 years? We don't have time for this now, do we? This plan won't work, you know that. We'll just let them dream a little longer. What? Lord Keenock? Oh, yes. Proceed. That Keenock, a maester? I heard that, Oren. A lot has happened in the last 10 years. What were you doing and where? Fulfilling a promise I made to a friend. I still am. Just tell me one thing. Have you seen Zanarkand? Hm. I kinda... think we don't belong here. It is time at last. We must tell the Albed waiting outside to begin the operation at once. The Fiends may break through. This place is not safe. Make sure you're prepared to defend yourselves. Tell me when you're ready. Okay. Alles klar. Das machen wir. . . . Da ist Oaka. Speichere ich nochmal kurz. Zuck. Mega Potion. Super. Waffen habe ich ausgerüstet, glaube ich. Ja, passt. Kahn Lohsken. Ja. Meister Keenock, bitte. Will Sin kommen? Sin always returns for its spawn. To make sure we're going to encourage them to call out to it. You won't have to. It'll come. I remembered Oren telling me. Sin is my old man. Sin is checked. Auch da hat wieder die Synchronisation nicht gestimmt. Es ist frei. Flüchtet. Aber es ist in Ordnung. Habe ich wenigstens was zu tun. Es war schon die ganze Zeit so langweilig. Und da sind wir. Hast. Hast, 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 hast. Genau. Einmal schön drauf. So. Als nächstes würde ich sagen. Machen wir erstmal die Arme platt. Feierend. Gibt schon mal 35 AP. Eigentlich müsste ich jetzt die anderen noch dazu holen. Muss mal ganz ehrlich sagen. Müsste ich jetzt mal machen. Und zwar Kimmeri. Hohle ich einmal dazu. Das ist mal 3. Go. Nix. Scheißegal. Ich hoffe, du hast was gemacht. Der Kopf macht eine verdächtige Bewegung. Alles klar. So. Dann holen wir mal Waka rein. Machen wir mal einen Blind hier. Egal. Du hast was gemacht. Das ist was zählt. Lulu. LULU. Geht mal dein Bestes. Das können wir dann machen. 10.000. Verkommt. Ja. Das war's für heute. Ja, wisst ihr was? Ich mach mal, äh, ne Ekstase, ihr. Okay, ähm, ich bin mal gleich wieder da, einen Augenblick. Okay. 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 So, da bin ich wieder Genau, beenden wir das Oh, tu das nicht Ah, ist zu weit weg Komme ich nicht ran, okay Dann muss ich so mal, äh, Dinge benutzen Ihr wisst ja, ich habe lang gezockt Ich habe ohne Ende mit den ganzen, äh, Charakteren Habe ich die meisten Abilities gelernt Also sprich Feuer und so eine Scheiße Hat aber irgendwie gerade jetzt nichts abgezogen Naja, ist egal Nimm das Wäre nie stimmt Die Arme haben sich regeneriert, okay Halt dich mal, junge Dame Genau So Soweit ich weiß, kann er das auch hier Ah, genau So Und dann kommst du raus, Lulu Und dann kommt wieder Auron rein Und dann müsste die Sache eigentlich gegessen sein Mama, schweiß mal S, A, W, D, Z, X Äh, Mann Aber egal, beide Arme sind im Arsch Das ist gut Sehr, sehr gut Das gibt langen AP, Leute Ohne Ende Weiß mal geben, machen wir mal Hass Haben sie schon alle Okay Machen wir mal Dragonik Mensch, warum nicht Ja, damit Genau Und dann würde ich sagen Holen wir uns jetzt mal Die Beschwerung Ifrit Das habe ich die ganze Zeit schon nicht gemacht Wollte ich eigentlich mal machen Machen wir das mal jetzt Das erste Mal Der Ifrit Das Feuerwesen schlechter Frisch geboren aus dem Inneren des Planeten Da wo die Hitze am heißesten ist Okay Schmied hier und riet Eine 3000 Äh, bist du wahnsinnig? Gleich nochmal Dennis Feierabend, oder? Gar kein Problem, Leute Ähm Ifrit ist ein reines Feuerwesen Das bedeutet, man kann mit ihm auch Feuer zaubern Und ob ihr es glaubt oder nicht Wenn man sich selbst Feuer gibt Ja, ich verzauber mich jetzt selber Kriege ich Äh, HP Ist das nicht super? Ja, Mann Die Arme haben sich regeneriert Aber ich glaube nicht, gut Bam Nochmal einen in der Mitte jetzt Ist Feierabend Uah Verniescht Und das war Ifrit Geht natürlich noch heftig Später gibt es noch richtig gute Bestias Die haben es auf jeden Fall in sich Oh, ich glaube, da kommt es hin Die haben noch gar keine Chance gegen das Vieh Ganz ehrlich Ganz ehrlich, guckt mal Da ist, äh, eine Stadt oben drauf Aber mal ganz ehrlich, ne Jedes Mal, wenn das Vieh ankam Es hatte immer die richtigen Attacken drauf Sag ich mal so, ne Hier schon mit den Sporen und sowas Das ist voll gemein Alles klar Alles klar Da machen wir jetzt mit Oder? Er kommt Er kommt jetzt Hier, guckt euch das mal an Totale Zerstörung Hier, guckt euch das mal an Hier, guckt euch das mal an Schau zurück, Frau Yuna. Ja. So eine Bestia namens Anima hat. Die will ich haben. Wo ist die? Na, ist egal. So eine Bestia. So eine Bestia namens Anima hat. 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 Hier ist durchdringend was. Nein. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Alles klar, Leute, da sind wir. Sin hat wieder zugeschlagen. Um Gottes Willen. Amen. 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 Ja Leute, keine Ahnung was ich hier machen muss, wahrscheinlich die Leute verquatschen, auch wenn sie nicht mehr viel zu sagen haben. Nein, voll das fette Vieh. Aber das machen wir noch platt. Ohne Scheiß, das töten wir. Ohne Scheiß, ich werde es nicht verletzen. Du wirst es nicht verletzen. Deine Macht sind noch zu schwer. Aber ich muss etwas machen. Das kannst du nicht, aber dennoch stand da was anderes. Ich habe keine Ahnung, was ich dachte, als ich nach Sin, nach dem Tag ging. Bevor ich wusste, was ich zu tun, da bin ich. Da bin ich ihn, schützend wie ein Thief im Markt. Vielleicht bin ich nervös. Vielleicht wollte ich nach Hause gehen. Ich dachte immer an Zanarkand und meinen alten Mann. Am deinen Mann. Am 2. Am 3. Am 2. Ah, hier, der kleine Junge ist schon wieder. Wie, nein. Was? Ah! Was? Sie sagen, dass du nicht mehr praktisch bist, dass du zu retten. Lass sie sprechen, ich bin immer das Beste. Sie sagen, dass du nicht gut bist, weil du immer immer trinkst. Ich kann es nicht trinken, wenn ich immer. Dann mach es jetzt. Was hast du gesagt? Du hast nur gesagt, du kannst. Oh, morgen, vielleicht. Warum nicht heute? Warum machen heute was du für morgen? Da geht er wieder, kreier. Ich dachte, ich fühle mich an meinen alten Mann da. Irgendwann. Oder vielleicht war es nur Sin's Toxin, die in meinen Geist zu spielen. Wie viele sterben heute? Die Menschen sterben und Yuna tanzt. Wann wird sie zuerst tanzen? Wann wird es zuerst? Wann wird es zuerst? Yuna wird es nicht zuerst tanzen. Nicht bis Sinnen ist weg. Es sind meine Gedanken dann, glaube ich. Ich sehe, dass du hier noch bist. Hä? Viele Geschichte haben hier geschlossen, heute. Aber ich sehe dich weiter. Was? Die Sinnen sind weg. Aber ich bleibe hier. Alles klar, Leute. Ja, dann würde ich sagen, speichere ich es erst mal. Mach hier wieder mal einen Break. Und sage, macht es gut. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Was? Was?